Guten Tag meine Klaren Beistungs und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Leute und heute spielen wir wieder eine Runde Strandball Äh, nein Wer lügt besser meine lieben Freunde mit dem lieben Strandball Ja, Strandball Und meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, wer dieses Format noch nicht kennt, kommt jetzt die Erklärung und dann geht's schon los So, wir kommen zu der Erklärung von Wer lügt besser Es gibt zwei Spiele, die getrennt voneinander sind, die sich ein paar Waffen aussuchen Und dann fangen sie an zu lügen oder sie sagen die Wahrheit Wenn der Gegenspieler rät, was er gesagt hat, beziehungsweise ob es eine Lüge war oder die Wahrheit Wenn er es rät, bekommt er einen Punkt, damit auch eine Truhe, die er öffnen darf Und dann gibt's am Ende noch ein schönes Battle Und ich würde mal sagen, Leute, viel Spaß beim Video Okay, Max, und zwar suchen wir uns jetzt drei Waffen aus, die wir vor uns legen und dann kann's eigentlich schon losgehen, okay? Aha Boah, Alter, okay, ich fang mal an mit dieser Waffe Also alle drei schon hinlegen Oder erstmal nur eine Ja, ja, kannst auch immer eine rauslegen, das geht auch Leg am besten immer nur eine raus So, zwei Waffen hab ich schon Und ich würde mal sagen, die erheben Ich würde mal sagen, ich fang an und du musst erraten, ob ich lüge oder die Wahrheit sag, okay? Okay Also, meine Waffe, Digga, ist episch Also lila Okay Ist ein Sturmgewehr, schießt mit mittlerer Munition, okay? Ist also die Waffe an sich in der Farbe, also die Hauptfarbe ist gelb Okay Genau Was sagst du? Hast du eine Gegenfrage, was ich noch vielleicht beschreiben soll? Äh, nee, nee Nee, hast du nicht? Also kannst du, also willst du jetzt beantworten, ob es die Wahrheit oder eine Lüge war? Ja Was sagst du? Lüge Lüge? Ja Lüge? Ja Woher wusstest du das? Nein, ah fuck, jetzt hab ich deine Waffe gesehen Egal, nimm ich gleich eine Ich hab eine technische Maschinenpistole gelungen Weißt du, warum ich mir dachte, dass du lügst? Warum? Nee, sag ich nicht Sag doch! Nee Ja, okay Ja, okay Okay, meine lieben Freunde, die erste Truhe geht an den lieben Maximilian Pentesis Und ich würde mal sagen, Max, dropp deine Waffe, ich gucke weg Drop deine Waffe und dann darfst du anfangen, Digga Okay, warte, Puri Äh, was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen Aha Okay, warte, ich hab da was Schönes Okay, also die Waffe, die vor mir liegt Ja Ist grün Okay Ist ein Sturmgewehrkategorie Ähm, und drei Tipps, also drei Aussagen muss man Ist egal, kannst auch mehr machen, Digga Achso Ähm, ist gut geeignet für mittlere Distanz Hat im Magazin 30 Schuss 30 Schuss, okay Ähm, ja Ich glaub, das ist gut Hat deine Waffe irgendein weißes Symbol dran? Ja Aber, Digga Ich glaub, du lügst Ich glaub, du lügst Ich log ein Ich glaub, du lügst Stimmt das? Ja, dann mach auf Darf ich... Ah Ich hab gewonnen, Bruder Ja Ja, let's go Okay, dann würde ich mal sagen Ich war auch... Er hat sich schon verwirrt gerade Okay Okay Okay, mein lieber Max Ich bin dran, würde ich mal sagen Meine zweite Waffe ist diese hier Okay Ähm, ja Has-Kala-Vista 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 So was steht da drauf Okay Ähm, also ich log ein, dass du die Wahrheit sagst Du logst ein, dass ich die Wahrheit sag? Ja Okay Dann, mein lieber Wurdest du verdribbelt Äh Äh Haha, Digga Du hast es gerade abgelesen Digga, ich hab's... Ich kenn den Sprung raus im Kopf Ah, scheiße So, Max Dann würde ich mal sagen Ich hab zwei Truhen Und du hast bis jetzt noch eine Truhe, Digga Du hast noch zwei Waffen Ich hab noch eine Waffe Aber ich hab auch erst einmal gemacht Ja, stimmt Dann, äh, äh Geht los Okay, Max So, beschreib mir deine Waffe, mein lieber Meine Waffe ist Gold Okay Ähm, äh Meine Waffe ist gut für den Nahkampf geeignet Okay Ähm, meine Waffe benutzt die kleine Munition Okay Meine Waffe, äh, hast 30 Schuss ins Magazin Okay Und ja 30 Schuss ins Magazin Ähm, ist deine Waffe, die du beschrieben hast, eine MP? Ja Okay, mein lieber Max Ich glaube Du sagst Ne Lüge Weil Ich kann sogar begründen Weil ich grad die P90 im Kopf hab Mhm Und die hat aber 40 Schuss Und nicht 30 Okay Deshalb sag ich Deshalb sag ich, es ist ne Lüge Angeschmiert Nein Die Waffe hatte ich sogar im Inventar, Digga Ha, ha, ha Angeschmiert Nein Oh mein Gott Okay, Max, Digga Du kriegst zwei Thronen Ich krieg zwei Thronen, mein lieber Okay So, meine letzte Waffe kommt jetzt, Max, okay Okay Bist du bereit? Bist du bereit? Okay So, meine Waffe ist blau Also von dem Seltenheitsgrad blau Meine Waffe ist großteils weiß Also die Farbe von der Waffe Schießt mit kleiner Munition Aha Und die hat 24 Schuss Mhm Hat einen kleinen Schaft hinten dran Benützen Also in Film und so Und oder sowas Werden diese Waffen als So Gangster Waffe dargestellt Ähm Ja Das war's eigentlich Okay Hast du ne Frage, mein lieber? Ähm Ist deine Waffe die neue Burst MP? Ja In der Farbe blau hast du ja gesagt, ne? Ja Ähm Wie viel Schaden macht die Waffe mit einem Schuss? Kannst du das sehen? Ähm Die Macht 25 Okay Dann, ähm Ich glaub dir, dass du die Wahrheit sagst Du glaubst mir? Ja Digga Yeah Nice, Alter Okay, Max, Digga Du hast drei Truhen, ne? So Das heißt, wenn ich jetzt Wenn ich jetzt deine Waffe nicht errate, Max Ja Dann bekommst du die King Chest Weil du dann das Spiel hier gewonnen hast Oha Okay Wenn ich aber jetzt gewinne Dann steht's 3-3 Und keiner bekommt eine King Chest, okay? Okay Das heißt, beide kriegen 3 Truhen, okay So, Max Leg deine Waffe und fang an Und, Leute Ob ich das hier jetzt noch reißen kann Oder ob Max jetzt die King Chest macht Weil ihr wisst, Leute Bei diesem Format Verkacke ich einfach immer Immer Ich bin mal gespannt jetzt Okay, Waffe liegt Okay, Waffe liegt Erzähl Erzähl mir was, Bruder Okay Äh Die Waffe vor mir ist Lila Ja Ähm Gut für mittlere Distanz Ja Bis weite Distanz Hat 30 Schuss im Magazin Hat die Sturmgewehr Munition Okay Ich sag, du lügst Die Waffe ist Ich sag, du lügst Ich sag, du lügst Jetzt einfach eiskalt, Digga Ohne irgendwas zu denken Okay Ich hab sogar recht, Digga Ja, Mann Digga Leute Okay, Leute Ich würde mal sagen Wir battle uns jetzt, Max Davor Also wir gehen jetzt auf die Map Ziehen uns zum Thun Und dann gibt's ein Battle bis drei, oder? Bis drei, Alain Let's go, Alain Okay, Max, Digga Fang an, Digga Fang an mit der ersten Chest Oh Ja, stabil Okay, jetzt Dann mach du Okay, ich bin dran Dann nehm ich die hier, Digga Uh, ne Diegel auf der Map Und Granaten Nice Boah, voll der Scheiße Dann nehm ich fast nur die Minis mit Okay, okay, Digga Dann nehm ich mal hier auf der Seite Hey, hey, das ist meine Seite Okay, komm Zack, Digga Das ist egal, Digga Das ist egal Das ist egal Okay, achso Dann nehm ich hier Äh, die Komm, komm, komm Ja, Digga Ich find die voll gut, Digga Ja, ich sag ja, ja, Digga Ich find die auch voll gut Und die letzte Truhe für mich Ich sag da Ich sag da nichts dazu, Digga Ich sag da nichts dazu Okay, meine Lieferin Ich würde mal sagen Wir kommen jetzt zum Fight Wir haben zwar noch ein Leben Das stellen wir jetzt um Und let's go So, Pandenges, Digga Ich würde mal sagen Wir verteilen uns, Digga Yes Und wenn du bereit bist Äh, geht's los Und es geht bis drei, Leute Und der Gewinner kriegt alles, Max Alles 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 Okay Nicht fast, sondern alles Okay Es geht hier um Ehre, Stolz Und alles Okay Okay Bist du ready, mein Freund? Ich bin eigentlich ready, ja Dann bin ich auch ready Und ich würde mal sagen, Leute Wir fangen an mit dem Battle, Digga Ich würde Max jetzt so auseinandernehmen, Digga Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Take your ass Ich hab ein bisschen scheiß Positionen Aber du bist jetzt hier nicht am abcampen, oder? Digga, ich bin nicht am abcampen, Digga Ich laufe hier rum, Digga Ich such dich, Digga Okay, Leute So alte Feeling Terminal Style Das schwörst du dir? Let's go Da, uh Schöner Hit, Digga Schöner Hit Ich sag da gar nichts dazu Okay, bist du bereit, Max? Zweite Runde Ich bin sowas von bereit Zweite Runde, Digga Okay, Leute Max hat mich schon einmal gekillt Best of free, ne? Let's go best of free, Digga Okay, Max Wo bist du? Paul Berger Oh, wir machen natürlich ohne Bound Oh Aha Tüch, hat der mich hier grad gesehen? Vielleicht 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 Boy hier am schießen Tja, Max Wo bist du denn? Leute, ich hab Angst grad ein bisschen Das Ding hier wegzugeben Müssen wir mal ein bisschen gucken Wo der Maximilian Penses ist Ich bin auch grad ein bisschen paranoid hier Max, wo bist du? Bruder, ich laufe grad übelst offensiv rum Und springe und so Oha Hast du das gehört? Ja Okay, Digga Ah, ah Okay, Leute, schnell schlurftrinken Komm, komm Digga, ihr habt die bessere Nahkampf aufhören Digga, es kann nicht wahr sein, Leute Aber ich bin angeschossen Ich bin angeschossen Er ist angeschossen, Digga Ich hab nur noch 50 Leben Okay, let's go, Leute Kann ich da wieder durch? Ich muss da rein, Alter Ah, hier So, ich hol mein Zeug wieder hier, Leute Die Map geht zwar kaputt Aber ist nicht so schlimm Ich hol jetzt mein Zeug Und letzte Runde, würde ich mal sagen Ich hab noch ein Leben Es steht 2 zu 1 Ne, 2, 0 Äh, 2, 0, meine ich doch Sorry Grad ein bisschen der Ding Das heißt, ich muss jetzt Max Zweimal holen Ne, einmal Ne, zweimal Ne Ich weiß, wo er ist, Leute Ich weiß, wo er ist Ich glaub, er hört mich auch, Digga Max Ah Komm, zeig's mal, Digga Komm, zeig's mal Oh 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 Digga Max Geh doch nicht da rein, Alter Komm, komm, Bruder Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der Ekelige Oh mein Gott Oh mein Gott Komm, Peek einmal Komm Komm, Peek Hab ich dich nicht Ne, das war das Auto, Digga Okay, Leute Du denkst, du nimmst mich von hinten auseinander, hä? Ja Du denkst, du nimmst mich von hinten auseinander, Digga Ja Wo bist du hin? Oh Oh mein Gott Nein Nein, der hat mich so überrascht Ich dachte schon, wo bleibt Ich hab gedacht, der wäre ins Flugzeug gelaufen Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat Lasst mal ein Like und ein Abo da, Leute Checkt auf jeden Fall auch mal den lieben iCrimax ab, Leute Und ich würde mal sagen Hallo Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video Und nein, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video Und Ciao